Sobald der Timer abgelaufen ist, drücke ich alte 4 und bin in Mode. Mein Grün. Keinem gehört die Farbe. Jetzt sollen wir dann in Mode spielen. Die Farbe ist weit zugänglich. Ich hab die gekauft. Ich sehe aus wie ein Interpreneur. Ich habe sie gekauft. Was ist mit unserem Chef, Terste? Ja, was denn? Spielen wir jetzt nochmal Vanilla und dann wechseln wir zu Dingern. Ja, ja, eine Runde hier noch und dann wechseln wir. Okay. Ja, ja. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Und hallo Juli. Stark. Sehr stark, Leute. Äußerst stark. Oh. Mal komm, ShapeShifter. Nein. Nein, 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 nein. Vielleicht kann ich ja jetzt heute mal killen. Ja, ich kann killen. Ja, ich kann killen. Ich bin bei Splash. Oh nein. Bei Splash. Bei Splash. Bei Splash. Ja, mein Mausfinger war halt schneller als mein Gehirn. Das sagt, nein, warte noch, rechte Hand noch nicht drüben. Was war schneller? Was war schneller? Das Gehirn war schnell. Ich habe eine wichtige Frage. Der Mausfinger war schneller als das Gehirn. Wo genau seid ihr? Also die Leiche liegt bei der Cafeteria und wie bei der Splash-Zone ist einer gerade gewesen, der potenziell der Killer ist. Okay. Ich meine aber euch. Wo genau steht ihr gerade? Ich würde sagen 30 cm. Warte mal, der Splash-Zone ist der Killer? Dann ist er ja bei mir. Der Killer fährt auf der Autobahn und sagt, hör dem Radio, da kommt ein Geisterfahrer, schaut aus dem Fenster, sagt da einer, hunderte. Oh, Geisterfahrer. Entschuldigung. Ja, wirklich. Ich glaube, weil ich habe dann feine Katze da gesehen. Hä? Warte mal, war das jetzt ein Joke-Fahrer oder was? Ja, so ein bisschen. Ich habe es nicht kapiert. Also, ich habe es nicht kapiert. Wo seid ihr jetzt? Ja, was? Wo steht ihr denn da? Hä? Katze ist 100% raus. Cafeteria. Cafeteria, okay. Die anderen? Splash-Zone. Warte, wo sind wir? Die Nächsten, wo sind die anderen? Nee, ich bin Communication da hoch. Ich bin gerade mit der Settbahn hoch. Ich bin gerade... Katze ist Communication, wer ist bei dir? Ja, da ist doch Smeggy! Ja. Ja, dann ist es doch... Smeggy! Ja, du hast dich verraten. Der ist nämlich hier mit dem Borchus, da habe ich nämlich eine Leiche gefunden. Und mir ist jemand ge-crossed, der dann aber anders aussah. Ja, Smeggy hat sich doch... Deswegen weiß ich nicht, wer es war. Er hat sich doch gerade verraten. Das heißt, der muss kurz umzählen Storage oder Communication sein. Wenn ihr in Communication wart, dann war es entweder Smeggy oder Katze. Smeggy hat sich doch gerade verraten. Ja. Ich habe keinen Kehl gemacht. Also, ich habe gescriptt, weil ich doch nicht fliege. Aber warte mal, dann sind Smeggy und Feine Katze. Ich glaube, ich habe keine Katze gemacht, Smeggy. Weil Gerd und Feine Katze ist gerade bei Splash, oder? Ich bin rechts neben der Seite und ja. Aber ich habe da von rechts, also... Freunde, ich habe das nicht kapiert, ne? Ich habe den Witz nicht kapiert. Warte mal, Kitchen war ich noch gar nicht, ne? Warte mal, Kitchen war ich noch gar nicht, ne? Und weg bin ich. Oh, jemand hat das Möpsehorn geblasen. Schex, danke, Schex! Scheggy auf G2! Was hast du gesehen, Hörnsen? Du geile Sau, danke dir. Also, Smeggy ist jetzt tot. Das heißt, der andere Traitor hat sein Mate umgebracht, um jetzt safe zu sein. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht. So, das heißt, Smeggy war der eine. Wir haben jetzt noch einen Traitor. Das geht nicht. Smeggy war vorhin viel bei Juli, glaube ich. Aha. Und so schließt sich der Kreis. Nein. Ich habe Smeggy nicht gesehen. Wer ist Smeggy? Juli versucht doch unauffällig zu sein. Das würde ich jetzt auch sagen. Sie hat ihre Farbe nicht, obwohl sie die frei hätte. Das würde ich jetzt auch sagen. Sie extra undercover zu verhalten. Ich war wirklich allein diese Runde. Ich habe nichts gemacht. Das würde ich jetzt auch sagen, wenn bei mir die Luft eng wären würde, Juli. Wo liegt denn die Leiche? Die Leiche liegt genau unter dem Eingang quasi, aber außerhalb vom Raum. Aber da kann ja Juli gar nicht sein. Die lebt ja in Lab drin. Das will ja viel... Oh! Ich muss leider Claire rausnehmen. Der war auf dem Plateau. Ja! Eben. Wir beide haben uns gesehen und sind absolut safe voneinander. Und er hat mich nicht gekillt. Er ist es nicht. Wo wart ihr? Oben auf dem Plateau. Ganz rechts oben. Sag es doch nicht. Communications. Communications. Ich habe Folgendes gesehen. Ich bin an der Kitchen vorbei. Danach ging die Wand da hoch. Ich habe eine helle Farbe gesehen. Dann habe ich gesehen, wie der Wind sich bewegt hat. Das heißt, eine Person ist gewendet. Katze! Ja, und Stuggi war es nicht. Und in der Mutes war jemand Helles. Und dann bin ich mit Katze dabei auch mal. Du meintest jemand wie Julie Wörsel. Dann warst du. Ja, eben. Stuggi war es nämlich nicht. Und wer ist noch hell? Wer ist noch hell? Richtig hell? Strahlt. Däscher. Ich bin... Nein. Ich war gerade bei Lookout. Däscher ist aber nicht strahlt hell. Oder Carino. Oder Stuggi. Nein, Stuggi ist hier bei Claire. Ich glaube eher... Ich habe ja nur die Spitze gesehen. Hä? Ich bin dunkelrot und ich habe eine Clowns Nase auf. Ich glaube Katze will oder Katze will. Die leuchtet aber. Die leuchtet übel. Könnt dadurch vielleicht auch Terse sein, wenn ich nur den Kopf gesehen habe. Es könnte aber auch Katze gewesen sein. Lass doch nicht die Mörder die ganze Zeit damit durchkommen. Ja. 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 Jetzt gehen wir mal nach oben. Ey, Nandwin. Mit 41 Monaten. Geil, Alter. Holy Shit. Chris. Vielen, vielen Dank. Ja. Ja. Plop. Komm. Schnell, 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 schnell. Ja. 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 Sehen Sie die Leiche? Nandwin, vielen, vielen Dank. Ne? 41 Monate ist eine sehr lange Zeit. Was? Ist das geil, Alter? Holy Shit. Nein. Was? Jetzt wird es interessant. Ich denke... Jetzt wird es... Es ist doch wohl klar, wer es ist. Oh, 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 oh. Stolz. All right. Nee, nee. Ich bin dem... Du bist doch mit mir und Katze an Katze vorbeigelaufen. Na, Moment, Moment. Ich war im Kitchen, da kam eine Katze rein. Genau, das war der Killer. Ja, und dann bin ich Richtung Jungle runtergelaufen und dann kam noch eine Katze und du mir hinterher. Ja, und die Katze unten im Dschungel ist tot und ich bin der Katze hinterhergelaufen. Und die Katze ist tot. Genau. Mir kamen ja zwei Katzen entgegen. Nein, nur eine, Junge, dann die Brille putzen. Nein. Die Katze kann doch nicht so lange tot sein. Hä? Keine POV. Ich komme aus Kitchen raus. Also geh in Kitchen hoch, da kommt mir Katze entgegen. Geh runter rechts in den Dschungel, da kommt mir Katze und Stugi entgegen und Katze liegt im Dschungel unten, links neben Lab. Da musst du die Brille rücken. Ich hab den Kiel an Katze gesehen. Also auf Ritschlautat oder was? Und der bin ich hinterhergelaufen. Nein, nein. Hä? Dann muss ich mir wirklich die Brille... Warte mal, warte mal. Und Stugi und Kler konnte doch Stugi vorhin rausnehmen, ne? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Und Stugi? Also Dscher ist es nicht. Der ist nicht der Schabzüfter. Mir ist auch vor kurzem eine Katze entgegenkommen. Das ist komisch. Ja, ich sag, es ist Wahnsinn. War irgendwer jetzt grad zusammen? Oh, da Terste. Der hat auch einen weißen Kopf. Ja, ne, ist klar. Wer war gerade von euch zusammen? Wer war von euch zusammen und kann sich ausleihen? Die ganze Zeit. Also, ich hab vorhin Faro einmal gesehen. Den kann ich auf jeden Fall rausnehmen. Dascher, glaub ich, die Story. Und, äh, für mich sind das hier Stugi und Kler. Und ich hab ne Nebelmaschinen. Also, Stugi kann auf jeden Fall... Dann ist es Terste und Hörnzen! Ich will... Also, ich vote jetzt erst mal Sturi, ja. Ja, Terste und Hörnzen! Ist ja auch recht. Alter, nein, nein. Terste will jetzt einen Maid Hörnzen rausnehmen und geht jetzt hier random auf Milch auf. Ich, äh... Hörnzen hab ich gar nicht gesehen. Ja, richtig. Ja, ey, was? Ihr glaubt das auch noch? Ach! Natürlich! Oho, Junge! Die Voice-Settings sind ja übel! Es gab... Haha! Die Voice-Settings, Junge! Ich kenn' ab! Cenza, du bist ein Schatz, ne? Die erste Subbombe des heutigen Tages. Cenza mit der 10-Mann-Subbombe, ne? Du bist ne Legende. Ich küsse dein Herz. Danke für den Support hier im Hype Train. Ähm... Jetzt sind gar nicht mehr so viele... Freunde, 55 Subs noch und wir hauen nochmal ne Ekelbohne raus. Ja? Vielen, vielen Dank! Sehr gut! Ja! Und jetzt auf, Terste und Hörnzen! Ich dachte mir, wir machen das nochmal jetzt, äh... Ja, jetzt war es ordentlich. Hallo, was? Ganz so komisch, dass keiner beigestand bei dem Horn. Als wär' dir sogar mit 2... Naja, bei 7 ist schwierig, halt. Wenn die letzten falschen Hörsworten... Ach stimmt, ich dachte, wir wären 6, stimmt. Ah... Ich war bei 6. Ja, ne, es ist schon... Aber wie wär's, wenn wir die zwei Verdächtigen nochmal sprechen lassen? Genau, Terste und Hörnzen. Also, ich hatte 3 Votes grade, ne? Das bedeutet, Stugi, Klör haben auf jeden Fall auf mich gevotet. Ja. Und ich glaube, Karilo. Genau, ich war zwar nicht zu 100% sicher, aber ich mein immer noch, wenn jemanden im Wend mit dem weißen Kopf gesehen hat. Ja, aber das war ich doch nicht. Ja. Aber... Weiß man aber nie. Ich kann natürlich auch Shapeshift-Ding gewesen sein, oder ich hab' mich verguckt, oder so. Der weißer Kopf, das klingt nach Klör. Also, den letzten Kill konnte Terste nicht gemacht haben. Der schon nicht gemacht haben. Wer hat sich für den letzten Kill noch rausgenommen? Also, ich kann Stugi für den Shapeshifter rausnehmen, aber ich kann ihn nicht... Er kann rein theoretisch Killer sein und halt einfach nur so als Alibi sagen, ja, ich hab' den Shapeshifter verpasst. Moment. Junge, ich lauf' doch an dir vorbei, Descher. Mit dem Killer hinterher. In der allererste Runde. Also... Ja, und du läufst über eine Leiche. Du kannst ja oft reporten, weil der Shapeshifter geht 30 Sekunden Stugi. Und da kannst du die ganze Map drüber laufen. Ja, und vor allen Dingen Stugi und Klör... Stugi und Klör pushen doch beide auf mich auch. Ja. Ja. Ich hab' nicht auf dich gerutscht. Ja, richtig, weil du es ja auch bist. So, jetzt mal einen Moment. In der ersten Runde sind doch zwei Leute gestorben, ne? Ja. Ja, da haben sich doch Klör und Stugi auch gegenseitig rausgenommen. Also, die beiden sind böse. So, wir sollten jetzt erst... Ich wollte Katze ausnehmen, weil ich die gesamte Runde mit Katze war. Ja, wir müssen jetzt Klör warten oder nach Stugi, dann ist... Also, kann ich gar nicht gemacht haben. Nein, wir müssen erst... Freunde, mach nicht den Fehler. Lass mich nicht. Es... Ich hab' jetzt Klör gewartet, also... Hä? Oh, ja, okay. Oh, nein. Boah, cool. Siehst du, die beiden haben mich wieder gewartet, ne? Wenn der erste Gast gewinnt, ich krieg' zu viel! Ja! Ja! Ja, ja, ja! Geil! Geister-Check! Geil! Geil! Ja! Ja! Ja, 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 ja! 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 Ja, da ist der Win! Da ist er! Da ist er, der Win! Ja! Ausgedribbelt! Warte mal, ich hab wohl mit 80 Prozent. Ich hab so hart auf das Herste gepusht. Niemand ist zuvor oberen. Du seid immer auf die, die pushen. Ja, das war gut. Die von Jutischen Liquids. Je mehr Druck du dieser sehr weichen Masse entgegenbringst, umso härter wird sie. Das wäre gut. Freunde, an der Stelle, hallo YouTube! Kinder, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war eine richtig geile YouTube-Runde. Das war der Wahnsinn, wenn du mich mal am Arsch läckst. Das war der Wahnsinn, Freunde. Da haben wir richtig gegengearbeitet und den Sieg nach Hause geholt. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal gern kostenlos ein Abo da und checkt gern die anderen Videos aus. Und vor allem auch mal den anderen YouTube-Channel. Tschüss! Und viel Spaß noch! Geil, geil. Leute, das war's.